Hey, mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und ich kann nicht versprechen, dass diese Aufnahme nicht richtig bei euch ankommt, weil es einfach nur ein Test ist von meinem Internet hier. Ja, ich zocke heute über dieses LAN-Kabel und ich dachte einfach mal, hey, YouTube Gamescom auf der Playstation 4, ich mach heute einfach mal einen kurzen kleinen Livestream, 4 Minuten lang und ja, dann beende ich das Video. Ich wollte mich natürlich erstmal bei euch bedanken für fast 3000 Abonnenten und ja, ich muss mich auch nochmal entschuldigen für die Zeit, wo ich sehr merkwürdig war, wo ich einen auf Gott gemacht habe, wo ich einen auf Allah gemacht habe, wo ich mich als was besseres dargestellt habe. Für das alles möchte ich mich entschuldigen. So. Und ich hoffe, ich falle jetzt hier nicht runter, weil das wäre richtig scheiße. Und es tut mir wirklich leid. Wisst ihr, ich hab mich auf YouTube nie verstellt. Und für diese Zeit hab ich mich verstellt auf YouTube. Ähm, und das war natürlich alles, äh, ja, geschauspielert von mir. Und dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Weil ihr seid mir total wichtig. YouTube ist für mich total wichtig. Und, ähm, ich hab Leute dabei, die haben mich abonniert seit Jahren, ne. Die waren damals noch Kinder. Und heute sind das Erwachsene. Ne. Keine Kinder mehr. Sondern, ähm, ja, ausgelernte Leute hier. Ähm, und ja, ich hab viele Leute kennengelernt. Auch, äh, Belial und, äh, noch viele andere. Richtig korrekte Leute. Und, ähm, ich bin durch dick und dünn gegangen. Ich habe auch viele, äh, Hater. Das weiß ich selber. Aber dazu kommt auch noch ein, äh, separates Video, was ich mache. So. Okay. Was wollte ich noch sagen? Ähm, ja. Ihr seid auf jeden Fall die geilsten Abonnenten der Welt. Das will ich hier ganz klar sagen. Und, ähm, jo, danke dafür. Und ich hoffe, wir schaffen bald die 3000 Abonnenten. Boah, da kommt ein mega geiles Spezial. Weil dann werde ich mir Pfefferspray in die Augen sprühen. Oh, Mann, ja. YouTube Gamescom pfeffert sich. Und zwar komplett richtig. Das heißt, ich nehme mir das Pfefferspray und, äh, sprühe ich mir in die Augen. Aber das mache ich erst ab 3000 Abonnenten. Ähm, das wird richtig geil werden. Da freue ich mich schon richtig drauf. So. Hey, Black Pearl. Was geht? Moin, moin. Nein, du... Ah! Tristan, alter. Sina, ja, ja, ja. Komm her. Du mit deiner billigen Waffe da, ehrlich. Lass mich verarschen hier. Ich mache hier ein Abonnenten-Spezial und du musst mich hier abknallen. So sieht ja eh keiner. Hey. Moin, moin. Und ja, vielen Dank, ähm, für diesen... Ja, tollen Weg, ähm, den ich jetzt beschreiten darf. Weil ich habe endlich diese Reichweite erreicht, die ich immer erreichen wollte. Ich bekomme Kommentare jeden Tag. Ich habe über 1000 Views am Tag. Ähm, mein erfolgreichstes Video, das ist das über 100.000 Klicks, wird über 100 Mal angeklickt auf YouTube. Finde ich richtig krass. Ähm, aber wird irgendwie gar nicht kommentiert. Keine Ahnung. Interessiert irgendwie keinen. Ja, ja. Naja, ist mir auch egal. Oder? Ja. So. Wie schon gesagt, bei 3000 Abonnenten spüre ich mir Pfefferspray in die Augen. Und ja. Ähm, ja. Ich bin jetzt... Mai 2012 habe ich angefangen mit YouTube und jetzt ist... Äh, jetzt ist... Wie heißt er auf YouTube? Der Junge Zocker. Der Junge Zocker. Der Junge Zocker. Zusammengeschrieben. Aber ich habe ganz viele YouTube-Kanäle. Inzwischen kommen wir schon auf bestimmt 50 Kanäle. Viele Kanäle habe ich auch wieder vergessen. Ähm, da habe ich überhaupt einen Überblick verloren. Ähm, und bestimmt schon 10.000, 20.000 YouTube-Videos sind hochgeladen. Auf YouTube. Manche aber nur 10 Sekunden klicken. Das ist ja auch egal. Leute, ich sage auf jeden Fall Tschau. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der Playstation 4. Und ich wollte einfach nur sagen, danke für alles. Und bis dann. Tschau. See you later. Bis zum nächsten Mal.